Dann bin ich noch nochmal ganz kurz weg. Oh. Hey, ich will das nur gleich aus dem ich das gemacht habe. Heute wird Fußball gespielt. Einfach super. Uh, synchron. Ja, synchron. Heute wird eine Runde Fußball gespielt. Ich freue mich drauf. Das wird super. Ja, dann lass uns raus. Ich würde sagen, ein Match dauert sechs Minuten und dann, na, let's go. Gucken wir mal. Yeah. Wir haben keine Ahnung. Wir machen es einfach. Ja, ich weiß nicht immer, wie groß der Ball ist. Kostüme werden geladen. Geil. Das ist doch notwendig. Geil. Guck uns an. Guck uns an. Unsere Sexiness muss erst geladen werden. Du sollst uns eigentlich gucken. Ich bin bei der Bewegung gesprungen gedrückt, um zu laufen. Du sollst doch aufspringen, wenn du geschlagen wirst, um zu stehen. Das habe ich auch da stehen. Ja, geil. Und wo ist der Ball? Fußball. Oh, das ist der Gullydeckel. In der Gasse. In der Gasse, Junge. Okay, Ball. Ball. Ja, warte, Spieler. Warte, auch Spieler für einen. Ich bin auch gar nicht da. Irgendwie. Ja, okay, Raki, ich brauche noch. Ah, jetzt. Lol, 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 lol. Ich bin mit dem Zor, ich bin mit dem Zor. Nein. Du sollst dein Teammate nicht schlagen. Ja, du sollst deine Balle angenommen, oder was? Das Handspiel. Hä? Alles klar, alles klar. Wenn du mir den Balle die Hand nehmen kannst, ist das ja gar nicht. Danke, Raki. Könntet ihr mal... Schalt ihn auf. Hast genockt. Warum nehmt ihr denn den Balle die Hand? Mann. Ich schlieg hier noch. Ja, klar, spring halt noch näher zu uns. Zu unserem Tor, das Spiel ist total... Boah, Alter, boah. Nein, mach kein eigenes Tor, mach doch nicht diese. Nein, nein, weg mit dir. Nein. Alter. Nein. Was ist denn hier los? Boah, Alter. Junge, Alter. Scheiße, kriegst du. Spitze. Nein. Nein, 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 nein. Liger, du schaffst es, ich lege mich aber mit den Affen an. Nein, nicht festhalten. Mann, du blöder Ball. Ich hab die beiden... Alter, ich komm hier nicht raus. Du blöder Pimpo. Pimpo, Alter, das ist dein Mate, Mann. Der blau doch nicht. Nein, nein, nein. Ich halte Raki auf. Du musst das Tor machen. Nein. Alter, komm. Was macht der Ball? Los, mach ihn rein, mach ihn rein. Ja, ja, ja. Komm, wir waren doch wohl drin. Der ist drin, der ist drin. Okay, ja, hab gezählt. Halt gezählt, alles klar. Nein. Ja, wie viel hast du das denn, bitte? Geh da zurück. Wie fair einfach. Bam. Ja, bam. Ziemlich. Bam. Hau ab. Alter, alle knockt aus. Alle ausgenockt. Nein, komm. Du musst da jetzt stehen. Oh, Alter, Junge. Komm, weg, weg, weg. Du gehst vom Ball weg. Nö. Doch. Ich nehm die mit zum Tor, Mann. Hau ab. Habt die Omi ausgenockt, Alter. Seid ihr doof? Nein. Nein, nein, nein. Ja, nein. Lass mich los. Matrix. Ich dribbel. Nein. Ich dribbel. Oh. Geh weg. Nein. Ich hab halt einfach magnetisch angezogen, wenn wir da kurz davor stehen. Ist so die doofen dann einfach. Bam. Was war das? Nein. Bam. Bam. So, machen wir das. Der war doch drin. Der war auch drin. Ja, der war auch drin. Boah, Alter. Wie unfair das einfach ist, warum wird man denn immer zurückgesetzt? Ich kann ihn ja. Bam, 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 nein. Ich kann ihn ja. Nein, 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 ey, ey, ey. Lass mich, mach dir einfach deinen Ball. Okay, du willst, du willst weg, okay. Ich will, ich will nicht weg. Nein, sag du. Ich will nicht weg. Lass mich los. Hau ab. Ich will nicht weg. Du hältst dich um niemanden. Lass mich da los. Mann, 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 Spezi. Spezi. Äh, 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 äh. Nein. Nein. Ja. 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 Kleiner Scheißball. Lass mich doch jetzt nörst, Mann. Alter, Spezi. Ja, klar. Ja, klar. Alter, ich weine. Boah, Alter. Alter, ich kann nehmen. Nein, das Tor. Nee. Ja, Matrix. Rätsel. Boah. Sehr gut. Bam. Da wurde jemand ausgenockt. Komm. Nein, 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 nein. Assi, Alter. Ja, klar, natürlich. Mann, du dummes Dreck. Ich komm nicht mal weg. Oh, warte. Das ist richtig fair auf jeden Fall. Auf jeden so. Mhm. Ich komm nicht mal dran. Ja, okay. Alles klar. Der hat meine Nase. Das ist total fair. Bist du eine Quelle? Okay, ja. Ich kann ihm nicht meine Kopfnuss nehmen, weil er meine Nase hat. Ach komm, das wird sonst langweilig. Das wird sonst langweilig. Boah, Alter. Der Pinguin ist so kräg. Ach, sei ruhig. Ich brauch deine Almosen nicht. Boah. Nein. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Genau. Boah. Legas, wir müssen uns nicht hier. Das war's auch. Vielen Dank dafür. Verdammte Scheiße, Mann. Du bleibst weg. Scheißdreck bleib ich, Alter. Ja. Ki. Nein. Nein. Oh ja. Ja. Eingezogen. Ja. Mhm. Mhm. Ach, Mann. Was ist das? Los, komm. Das ist nicht euer 1. Wir holen das mal. Nein. Ja, komm. Rein, 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 rein. Ja, komm. So. Boah, Alter, Alter. Der Ball. Was macht denn der? Nein. Du kleiner Pisser. Boah. Meiner, Späzze, Mann. Boah. Junge. Was ist mit dem Ball falsch? So, du kommst jetzt mal mit. Du bist jetzt mein Tor. Meine Torwart. Dich. Dich. Boah, Alter. Boah. So, los. Ja. Ja. Boah, Liga, Sala. Riecht ja Ronaldo. Ja. So, der Späzzi spielt jetzt vor uns. Hab ich gehört? Hab ich auch gehört. Ah. Reiner, weil. Ja. Boah. Alter, nein, Späzzi. Wieso nix? Boah, Alter. So. Späzzi hat mich weggetragen. Wow. Jonas jetzt, Jonas jetzt, Jonas jetzt. Du stehst jetzt hier im Tor. Als ob. Boah. Ahahaha. Nein, rette den Ball. Rette. Save the Ball. Ja, ja, ja. Was? Okay, nächste Runde. Wieder in die Mitte. Komm. Ja, ja, nein. Ja, zieh mich. Ja. Ja, zieh mich. Ja. Wow. 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 Gligas spielt alleine. Na klar. Ich häng am Zaun. Lalalalalala. Boah. Alter. Alter. Gligas ist in Rage. Wieso ich? Er kickt den Ball einfach voll an die Wand, ey. Komm her. Komm mit. Du kleine Zwiesel. Ich schlag dich zu. Nein, du bleibst. Ja, ich nehm das sehr ernst. So. Mann. Du bleibst dich. ist klar ich denke mit spät sie selbst total fair natürlich die einfach nicht doch so mein nein 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 wir einfach singen of me followed Ich mach den nicht rein Alter Alter Mann Komm mit du kleiner mieser Freckel Hast du mich grad Freckel genannt Nein Ich hab noch meine Verbündeten nicht Freckel Er wollte fast Freunde sagen Komm mit Kleiner mieser Pinguin Das lief doch gut 6 zu 19 1 Punkt Wie viele Runden hast du gemacht Wie hast du gewonnen Ich glaub ich hab einfach nur eine gemacht Alles klar Ja Ja mach mal Noch eine Runde Fußball Oder es gibt auch noch andere Wie Gang Mach einfach Gang Wir machen mal Wellen Was ist denn Wellen Wir gucken mal was Wellen ist Wellen ist gegen Cpu Dann hauen wir uns einfach Das kommt jetzt einfach nochmal auf die Fresse In drei Runden Ja genau Also bis drei Hey endlich Oh mein Gott was Oh Gott Matchmaker richtet einen Server ein Danke Matchmaker Verbrennungsmusen Verbrennungsmusen Ligas nein Ciao 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 Nein 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 Ich wollte was essen Ja Das ist keine Ausrede Ja klar Ich konnte mich nicht mal wehren Was ist das da für eine Scheiße Da runter Wirst du da runter Ich schwör dir Alter Ja Ich hab nicht gewonnen Warum überhaupt genau Habe ich nicht gewonnen Lalalala 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 Das ähm Ich sehe was was Du nicht siehst Und das ist Das bin ich Frauen Das ist ein kleiner Camper Das ist meine Wohnung Schmeißen wir ins Feuer Matrix Schmeißen wir ins Feuer Was wollen sie Bringen um Bringen um Wir gehen jetzt Entspann die Türe raus Und du gehst jetzt nach unten Oh Gott Nein Alter Vollkommen verdammt Ich hab mein Kopf grad in die Ohre gehauen Alter Jetzt ist Ende Da wollte ich ihm einmal Was wir sagen Wenn der Haki sich da irgendwo Und V und Lenz macht Und warte bis die meisten Gestorben sind Ja aber ich war doch wach Wie hat der mich denn Darunter werfen können Warte ich muss beim Mikro putzen War bei mir übrigens eben auch so Also von daher Das geht Nein Ich dachte wir wären Freunde Wir sind keine Freunde Kinder nicht Was werden Nein Stellen wir zusammen Wie was war das denn für ein Bug Was war das denn für eine schnelle Runde Ich wurde einfach weggeworfen Von irgendwas Ich wurde einfach durch die Luft geschleudert Da war ich unten Oh nein Oh geil Ich glaub man sollte hier in dem Spiel nicht springen Ich glaub da müssen Pinguine rein Ich kann da gar nicht raus Nein Nein Ja in Ordnung Komm Ich jag dich durch das Fleisch Nein 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 Wir fliegen wieder rein Nein 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 Was tun wir Nein 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 Mein Strom Nein Alter, hau ab. Wir werden ihn vermissen. Hau ab, hau ab, hau ab. Boah, Alter. Geh das da endlich rein, Mann. Ich bin aber nicht rein. Nein, hau, nein, nein. Hau, Mann. Was ist denn, das geht mit meinen Haaren? Ich weiß nicht, was mit deinen Haaren geht. Nimm, nimm Spray. Nimm drei Wetter Taf. Was ist denn, warum? Alter, was war das? Nein, nein. Ripp mich. Ripp. Bamm. Boah, Alter, ist okay. Ich kann nur noch mal reden. Was ist ein Massen-Gangbang, Alter? Nein, ich muss jetzt hören. Lass mich doch dir raus. Nein, nein, nein. 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 Geh da jetzt rein, nein, nein, nein. Boah, Alter. Ich verstehe es auch nicht. Was war denn das gerade? Nein, 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 okay. Als ob, ja, Jesus überlebt. Weißt du, nur weil er Flügel hat, ey. Ja, nur weil er letztes gestorben ist. Hä, aber, oh, hä, das aber auch eben. Der hat nichts gemacht. Der hat mich einfach weggeschleudert, ohne was zu machen. Oh, Jesus. Boje, schon wieder eine neue Map, okay? Oh, nein. Ich kann die Scholle trennen. Ich will hier weg, ich will hier weg. Nein, nein. Toll, ich bin einfach untergegangen. Geil. Super, tolle Runde. Nein, nein, so nicht. Wow. Hey, Raghi, schnippst du auch gleich? Ich hoffe. Ja. Nein, nein. Oh, Mann, ey. Es war einmal ein Pinguin, er kam wieder nach Hause. Warum ist der noch nicht untergegangen? Geh unter, Alter. Er kam wieder nach Hause. Nein, ich ohne mich. Was ist denn, der Raghi macht wieder nix? Nee, nein. Er kam wieder nach Hause. Was ist denn los? What the hell? Was? Es war einmal ein Pinguin, er kam wieder nach Hause. Weißt du, der Raghi gewinnt wieder durch nichts zu. Er kam wieder nach Hause. Ja, verdient. Verdient ist nichts zu, Alter. Ja, ich wurde zweimal weggeschleudert. Du hast das verdient, wenn du nichts machst. Ich wurde zweimal weggeschleudert, so wie es gar nicht im Spiel geht. Ja, dann nehme ich mir das aber gerne mit. Ich will in den Leuchtturm rein. Ja, to the moon. Guckst du nicht rein. Guckst du nicht rein. Ich bin da drin, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter, hier, ey. Bud Spencer. Wer kommt hier erst rein? Alles klar, alles. Ey. Nein, ihr lasst mich hier rein. Ich bin, ach, nein, nein. Nein, Raghi, du kleine, miese Möbel. Lass mich hier raus. Nein. Ich bin drin. Mein Leuchtturm. Nein, ich will ein Leuchtturm. Ich will ein Leuchtturm. Ich tanze in meinem Sombrero. Mann. Nein. Ich schmeiß den Scheiß noch mehr. Oder weg, ey. Nein. Oh. Da stirbt gleich wer. Da stirbt gleich wer. Jesus stirbt. Alter. Huui. Ja, nein. Wow. Huui. Huui. Ich habe einfach die Plattform abgelassen. Ehrenpunkt. Immerhin Ehrenpunkt. Was? Du hast so viele Punkte wie ich und wie, ich glaube, Raghi. Du bist trotzdem ehrenpunkt. Ich werde wahrscheinlich keiner mehr machen. Mein Lieblingsmap. Yeah. Belüftung. Ist das deine Lieblingsmap? Mhm. Okay. Mach die Motoren an. Okay, mach die Motoren doch nicht an. Scheinbar nicht. Nein. Nein. Krati, du musst mich loslassen. Ich habe dein Sombrero mitgenommen. Nein. Wie kannst du es wagen? I believe I can fly. I believe I can be the flying rent I ever want to be. Hier, stir meine. Ich kann. Every night I keep the day away. Wenn die Augen hören, will ich hier bitte in der Mitte sein. What? Sehr gut. Ich bin zweiter. Ich bin zweiter. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Boah, Alter. Habt ihr gesehen, wie ich durch die Luft geschwommen bin? Geschwimmen bin? Ja. Schwimmen bin. Hab ich gesehen, tut sein. Alter, bei der Bewegung springen gedrückt, um zu laufen. Hä? Was ist das denn, Alter? Auf zu Matrix! Alter! 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 Ich bin, das Ding ist roh, bei! Alles klar. Die Sorge mit Matrix! Auf klar! Wow! Über Matrix! Wow! Das war tatsächlich sehr unverdient, aber schön, dass es passiert ist. Nein! Doch! Nicht gut! Das war unverdient, aber ja. Wow! Wow! Einfach wow! Manchmal muss der Matrix auch mal Glück haben. In diesem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es dann wohl auch wieder in dieser Folge. In diesem Sinne ist der Film auch. Schauen wir beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und bis zur nächsten Folge. Tschau! 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 Tschau!